Was machst du denn da? Ich erstelle ein Profil. Was für ein Profil? Na, ein Profil eben, auf Facebook. Also ein Profil auf Facebook erstellen? Geht es dir noch gut? Soll nun die ganze Welt in unserem Leben teilhaben? Also Peter, sag doch auch mal was. Ich habe nichts zu verbergen. Und außerdem ist es ja das Profil von Lisa und nicht eines von dir oder von mir. Genau. Und Mama, so wichtig bist du ja nun auch wieder nicht, dass die ganze Welt nun wissen möchte, was du tust oder wie du aussiehst. Und außerdem werde ich von dir sicher nichts reinstellen. Das wäre mir viel zu peinlich. Peter, jetzt sag endlich mal was. Oh, sie wird bald erwachsen und muss eigene Entscheidungen treffen. Sie wird schon wissen, was sie tut. Also ich vertraue ihr. Also Lisa, du bist so unvernünftig und unversichtlich, mit dieser Schmuddelseite da dich einzulassen und dein Vater unterstützt das Ganze auch noch. Aha, ich also unvernünftig. Dann werde ich dir mal was sagen. Ich bin so unvernünftig, dass ich mich vorher auf der Internetseite suchthaufen.net der Supo informiert habe, welche Sicherheitseinstellungen zu beachten sind. Aber ich bin ja so unvernünftig. Ich weiß ja nicht, wie und ob man denen bei der Supo trauen kann. Mensch, das sind Fachleute. Die haben sich mit dem Internet allgemein und auch mit Facebook im Speziellen sehr genau beschäftigt. Vertraue deiner Tochter, dass sie weiß, was sie tut und den Leuten das Supo, was sie vermitteln. Erst sich informieren und dann schimpfen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.